Oh, Nudeln. So. Ah, Spezialauftrag. Alle wollen sie Eiscreme. Was machen die da drin? Ihr machte einen schweren Fehler, wenn Rex rausfindet das hier. Hahaha, wer glaubst du hat uns geschenkt? Was? Warum hat... Oh, sorry. Wie war das? Ich hör dich nicht. Ups, hab den Griff abgebrochen. Ich sagte... warum? Ich muss Winnie da rausholen. Der ist ja steif wie ein Brett. Oh, mal zerre hier. Was seid denn ihr für welche? Der andere, guck mal, hörte man noch die Mütze auf... Oh, und der Winnie ist eingefroren. Und hier die Shisha noch auf dem Tisch. Ah, gucke. Ja, das war's mit der Sitzecke. Entschuldigung. Nun musste ich mich mal räuspern. Hallo. Ich... jaaa. Was? Wo bist denn du? Hallo. Schlag mal zu. Ich glaub, du bist weg, mein Freund. Ne, da brauchen wir Grün. Wir müssen Winnie da ganz schnell rausholen. Aber dazu brauchen wir... Hau ab. Ja. Hey, wer ist da? Niemand. Alles gut. Was haben wir denn hier? Das Bedienterminal. Das Master-Terminal für... ...den A-Katalog. Und die geile Musik wieder. Was ist denn los? Nix. Halt still. Oh, ich glaub, wir brauchen zwei... Zwei Baukästen. Da können wir auch noch mal... Ich krieg dich, egal wer du bist. Ja, warte mal. Oh nein. Ich weiß, dass Rex dich hintergangen hat, aber jetzt mach mir nicht schlapp. Mal wieder zusammensetzen. Danke. Der Anführer hat sich in der Eisfabrik eingeschlossen. Du kannst reinkommen durch einen Geheimgang in meinem Büro. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben. Was? Einer von diesen Würmern hat dem Porträt meiner Mutter einen Schnurrbart verpasst. Wie geil. Wie kann man sowas mal machen? Ja. Hast du ne Ahnung, wie viel ich den Maler zahlen musste, damit ihr ihren Schnurrbart weglässt? Sie wird komplett durchdrehen. Wie geil ist das denn? So, was haben wir denn hier? Ah, die Außen... Ja, natürlich so eine kurbelbare Treppe. Entschuldigung. Warte. Warte, warte, warte. Ich muss noch die richtigen Tasten finden. Okay. Man hu, ganz schön dunkel. Ist denn schon Schlafenszeit? Ja, schlaf du mal, mein schöner... In deiner geilen Mütze. Was haben wir... Ih, was ist denn das? Oh. Das ist was Neues. Aber wenn jetzt Schlafenszeit ist, warum liege ich da nicht? Warte. Warte kurz. Ah. Und warum ist mein Nachtlicht nicht an? Ja, du hast gleich ganz andere Probleme. Was ist denn da? Das Rieseneisbällchen. Ja, die Monster. Hallo. Ich fahre noch. Ich gucke noch. Puh. Ich hab grad keine Ahnung, aber ich seh, wir können da einige Sachen konstruieren. Wir machen einfach hier Total Annihilation. Die totale Vernichtung. Und hier ist irgendwas. Ein gelbes Viereck. Vielleicht müssen wir damit auf das gelbe Viereck. Da oben ist aber noch ein Teleporter. Das ist ja unglaublich. Was wir hier alles zerstören können. So. Ja, ich glaub genug gerollt. Au. Warte. Okay. Jetzt komm ich nochmal zu dir. Was ist denn das hier? Eins von vier Eistischchen. Na, gucken wir mal. Da müssen wir was klein hacken, wie es aussieht. Noch ein Eistischchen. So, damit kommen wir da hoch. Die geile Musik. Oh, oh, oh. Ja, das kann man bei Facebook aber auch nicht anklicken. Stell dich mal nicht so an. Den Aceso. Oh. Oh, oh. Ganz schön dunkel. Ist das schon schlafens Zeit? Ja, ja, ja. Ist das dunkel? Ja, ist schlafens Zeit jetzt. Ich hab noch keine Ahnung, was das grüne Feld da macht. Oh, oh. Ne, ne, so. Ach, wir haben auch schon so viele Verkleidungen. Hier, komm. Tür mal aufgeaxelt. Jetzt los, lass. Oh. Hallo. Jawoll. Auch weg. Yes. Irgendwo muss ja ein Farbwechsler sein. Komm mal her. Irgendwo ist noch einer. Da ist er, da ist er, da ist er. Und tschüss. Oh, oh. Oh, oh, oh. So, schauen was wir jetzt hier... Okay. Da müssen wir ein paar grüne Kisten hinstellen. Dahinten müssen wir ansprühen. Was ist da? Ein Iron Bag haben wir freigeschaltet. Irgendwo wird hier ein... Können wir damit springen? Nö. Aha. Die Tische auch hier. Die Stühle. Ah, komm schon. Acht von acht, jawohl. Und hier ist das Suchding, was ich gesucht habe. Und so langsam raffe ich es ja auch, dass man hier... Ach, nö. In dem Schrank. Ich hätte es jetzt in dieser Sideboard-Truhe da... Oh, oh. Ja, Ordnung ist das halbe Leben. So, abgesaugt. Aha. Mr. Safe. Alter, was ein... Das ist eine Unordnung. Wow. Winimark-Eiscreme wirklich sehr. Ja, ich habe das auch so im Verdacht. Die Platte mal geleiert. Okay, jetzt haben wir die... Die Helga hier auf grün. Irgendwo muss man noch einen Schlüssel herkriegen. Hm. Hm. Hm, ne. Aber irgendwo muss man auch vielleicht die Eiscreme hier abbauen. Weiß ich nicht. Ach nee, hier ist doch noch ein Stuhl. Ah, ja. So, und der wird uns hier hinten zu dem Ding führen. Ist ja auch schön. Glas Selactis. Wir haben einen Schlüssel. Wo ist der schöne Schlüssel? Ach. So, die Musik könnt ihr jetzt aber mal langsam wechseln. Jetzt finde ich sie mittlerweile ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Hm. Ja doch. Jetzt bin ich mal gespannt, dass jetzt gleich... Ah, mit Kirsche. Ach so, Himbeereis mit, hm? So, mit... So, ach doch, so Eis hätte ich jetzt auch mal Bock. So, und jetzt mal gespannt, dass jetzt hier abge... Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art, eine Tür zuzusperren. In der Tat. Ja. Ah. Ja. Wie bist du hier reingekommen? Ach, ist ja auch egal. Uns kannst du nichts anhaben. Meinst du? Hm. Okay. Wenn du ein Eis willst, dann vergiss es. Dieser Laden ist dicht. Für immer. Ja, forever. Aber da kommt doch noch was. Was treibst du denn da unten? Machst du dir einen Eisbecher? Ich erkenne dich auch mit Karton. Das ist dir klar, oder? Hey, das gilt nicht. Oh, du glaubst gar nicht, was alles giltet. Wir zwei, haltet ihn auf! Schönen. Den Karton. Steht da nicht rum. Schnappt ihn euch! Okay. Warte. Schnappt ihn! Und tschüss. Ja, 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 ja. Ich glaube, es hat sich... Ja, doch. Nee, 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 nee. Das Ding hier geastet. Hä? Warum darf ich nur zu dir? Dann komme ich später nochmal. Ah, ja. Okay. Ist jetzt... Ah, jetzt ist hier offen. Hi. Das ist so geil. Einfach auf den Fuß gekickt. Echt mal. So, wie geht's hier weiter? Hm. Hier geht einfach nix. Müssen wir nochmal einen Dynamit bestellen? Oh nein! Wääää! Das rentiert sich immer die Dinger zu Spur. Was ist denn das? Ein Eis? noch so ein Eisding. So, wir haben jetzt hier noch eine Kiste wieder. Aber die Frage ist, was wir mit der Kiste machen wollen. Gar nichts, glaube ich. Ach doch. Aha. Diese Box wird dich vor unangenehmen Eisböen schützen. Und können wir wahrscheinlich jetzt hier können wir das so ausharren. Naja. Da kommen wir auch nicht hoch. Kommen wir hier irgendwie. Hm. Also es muss doch hier irgendwie irgendwie muss es doch hier weitergehen, Mensch. Hm. Der ist ja schön das Eis am Fressen und ich muss hier... Mann. Ah, ah, ah. Okay, okay, okay. Ich brauche wieder eigene... Eigene Dummheit wieder. Was hast du denn vor? Jetzt gibt es Himbeer, mein Freund. Oder Zitrone. Das ist deine letzte Chance. Ja, jetzt hast du verschissen, mein Freund. Jetzt geht es hier weiter. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, genau. Bisher war das alles hier nämlich noch lustig. Hm. Ja, ja. Was macht der denn jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, er ist der MacGyver hier. Er macht... macht das, was er macht halt. Tut mir leid, dass die Begrüßung so frostig ausgefallen ist. Hm, macht nichts. Das kriegen wir. Das wird alles wieder gut. Drei von drei, damit haben wir... Ah, yeah, yeah. Haben wir zwei... Äh, drei von vier. Hör mit dem Knöpfe drücken und der Ventildreherei auf. Oh, was gibt es denn jetzt? Lecker, guck mal. Oh, Wigblau. Wie? Jetzt alles hier auf grün. Jetzt können wir, glaube ich. Jetzt können wir... Oh, warte, wir wollen ja alles sammeln. Ich will mal so ein Ding perfekt machen, wenn es geht, irgendwann mal. So ein Spezialauftrag, das wirklich 100% von dem Spezialauftrag geschafft ist. Oh. 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 Hey, holt mich aus dem Ding hier raus, sonst... Sonst was? Warum hat Rex euch geschickt? Ich verrate dir kein Wort. Lass mal, Vinny. Ich weiß, wie wir ihn zum Reden bringen. Und nach rein für Mutti. Oh ja, das... Schmeckt so gut. Au. Au. Na. Gehirn. Hier kommt das Flugzeug. Nein, stopp! Na gut, was wollt ihr hören? Wo ist Rex? Ich weiß nicht. Das ist die Wahrheit. Aber ich kann euch sagen, wie ihr an ihn rankommt. Ich soll heute Nacht was für ihn auf der Baustelle bei Paradise Sands erledigen. Du könntest dich für mich ausgeben. Du siehst mir doch ähnlich. Stimmt, ihr seid gleich groß. Wehe, du lügst. Keine Sorge, Chase. Ich behalte ihn da. Ich habe da nämlich auch noch eine ganze Menge offener Fragen. Oh, nein, nein. Wow. Ist das etwa Heidelberg-Granat-Apfel-Eis? Wow, das Zeug schmeckt super. Wow. Das geht direkt auf die Hüften. Habt ihr auch noch Sahne dazu? Sehr geil. Oh nein. Ah, ich dachte schon, mein Controller hat hier den Geist aufgegeben. Spezialauftrag. Alle wollen sie Eiscreme. Level abgeschlossen. Polizeimarkenteil. Eins, zwei. Zweifel hier nur, leider. Wir haben freigeschaltet Winnie Papparolado. Und wir haben freigeschaltet den Achezo. Und wir haben freigeschaltet den Iron Bag. Und wir haben freigeschaltet... Ach, nee. Wir haben irgendwas in die 74% Dinger eingesammelt. Dafür gibt's noch goldenen Stein als Leckerli. Und wir gehen in den Story-Fortsetzen-Modus, wobei ich jetzt mal eine Aufnahmepause mache. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.